Guten Morgen! Heute wollen wir einmal über das Eisen und den damit am häufigst von der Medizin festgestellten Nährstoffmangel reden. Wofür Eisen gut ist, ist allgemein bekannt, dass es nämlich vor allem den Sauerstofftransport im Körper katalysiert. Warum Sauerstoff so wichtig ist kann man auch noch einmal in meinem Video zur Energiegewinnung, wo ich den Unterschied zwischen Aerober und Anaerober Energiegewinnung erkläre und wie generell Energie im Körper entsteht. Aber vorsichtig, dieses Video gehört zu den anspruchsvollsten Videos die ich gedreht habe. Findet ihr oben in den Infokarten und Veganern wird häufig an Eisenmangel nachgesagt, was Fakt ist, ist dass Frauen aufgrund der Menstruation, also ihrer Regelblutung häufiger an Eisenmangel leiden als Männer. Da bei den Vegetariern 13% der Frauen aber nur 3% der Männer diese vermeintlich gesundheitsbewusste Ernährung folgen, ist auch unter dem Aspekt der generell gesundheitsaffineren Einstellung der Frauen auch davon auszugehen, dass bei den Veganern der Frauenanteil mindestens ebenso das Vierfache beträgt wie im Gegensatz zu den Männern. Wahrscheinlich sinds dann sogar noch mehr würde ich sagen. Da haben nicht die Veganern höheren Eisenmangel, sondern in allererster Linie die Frauen. Aber natürlich wird diese These des Veganern Eisenmangel auch noch dadurch gestützt, dass in tierischer Nahrung auch 2-wertiges Eisen vorkommt, was eine Bioverfügbarkeit, also die Fähigkeit des Körpers den Nährstoff zu verwerten von 15-35% hat und in pflanzlichen Lebensmitteln nur 3-wertiges Eisen, welches eine Bioverfügbarkeit von 2-20% hat. Allerdings steht diesem Zusammenhang der generell gesundheitsbewusstere Umgang und damit auch die Informationsfreudigkeit der Veganer entgegen, die dann nämlich auch das erfahren was ich Euch heute eben auch sagen werde. Wie kann man trotz dieser suboptimalen Ausgangssituation ausreichend Eisen zu sich nehmen? Zum Einen ganz klar eine Rohkosternährung bzw. eine rohköstliche Mahlzeit, da eben Phytate wie von Getreide und Hülsenfrüchten, die oft gekocht zu sich genommen werden, eine hemmende Eisenverwertung nachgesagt wird. Das bedeutet wenn ihr Euch jeden Tag mit Nudeln und Reis zuknallt, dann müsst ihr viel mehr Eisen zu Euch nehmen, als wenn ihr stattdessen auf einen möglichst hohen Anteil an Rohkostenmahlzeiten fokussiert. Da rohes Obst und Gemüse, allen voran das Vitamin C welches stark hitzeempfindlich ist, die Eisenverfügbarkeit um das 2-4-fache steigert und damit die eines Steaks z.B. locker übertreffen kann. Auch fermentierte Rohkostprodukte katalysieren die Eisenaufnahme. Ihr seht also dass es überhaupt kein Problem ist an sein Eisen zu kommen, man muss nur etwas Kenntnis davon haben wie der Körper an das Eisen rankommt. Und empfehlenswerte Eisenquellen auch aufgrund der schon hohen Standard Bioverfügbarkeit sind meiner Meinung nach der Feldsalat, die Zucchini, Erbsen und auch der Fenchel. Denn der reine Eisengehalt ist oft trügerig, da er wie gesagt von 2-20% variieren kann. Spinat hat z.B. sehr viel Eisen aber kann nur 2-5% aufgenommen werden. Letztlich kann man sagen, dass in sehr vielen Gemüsesorten Eisen enthalten ist, wo man eigentlich nicht explizit darauf achten muss, nur dass man eben nicht zeitgleich hemmende Nahrungsmittel aufnimmt, wie eben die Phytate oder einfach generell sich mit einem hohen Rohkostanteil ernährt. Wie Euer Eisenwert ist kann man anhand des Blutbilds herausfinden. Bitte hört dann nicht auf Euren Hausarzt wenn er meint dass der Serumswert von Eisen aussagekräftig genug ist um Euch zu sagen ob ihr Eisenmangel habt oder nicht immer den Blutserumswert, das Hämoglobin, das Ferritin und die Transferinsättigung bestimmen lassen. Bei Fragen zu den einzelnen Laborwerten habe ich Euch ja schon mal das sehr sehr kompakte Buch Laborwerte aus dem Elsevier Verlag empfohlen, das ich Euch unten verlinkt habe. Die Rezension dazu, die Buchvorstellung findet Ihr oben in den Infokarten. Aber natürlich könnt ihr die Werte auch einzeln googeln und da nachschauen. Nur falls ich jetzt Eure einzige Informationsquelle bin, dann noch einmal die ungefähren Normenbereiche die auch unten in der Infobox noch einmal zum Nachlesen, die ihr dann posten könnt. Generell gilt dass bei Männern bis auf das Transferin immer etwas höhere Werte haben sollte, da sie eben keine Menstruation haben. Also der Serumswert von 30-170, der Ferritinwert von 30-250 und Hämoglobin von 8-10 und Transferinsättigung von 16-45. Wenn ein Eisenmangel vorhanden ist, sind die ersten 3 Werte erniedrigt. Genau wie Fleischkonsum oder ein zu hoher Anteil an gekochter Nahrung zu Arteriosklerose führen kann, so kann Eisenmangel eben dazu führen, dass Krebserkrankungen katalysiert werden. Und daher vegan sein ist vollkommen in Ordnung, aber bitte auch informiert vegan sein. Am Donnerstag wieder der Live Talk aus dem Bett inklusive Dreads Higgeln. Und meditativen Schweigen. Ihr könnt einmal die Woche Donnerstag 21 Uhr anrufen und mit mir live reden oder im Chat Eure Fragen stellen. Wie das geht habe ich Euch auch schon in einem anderen Video vorgestellt, was ich Euch auch oben in die Infokarten gepackt habe. Ich wünsche Euch allen noch einen eisenhaltigen Tag und bis morgen Euer Christian. Ciao.